Soooo Und die Zeit bleibt schon wieder 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden 5 Sekunden, wir haben unser erstes Bild Krass Cool Ja, Klapp-Trap So hießen wir auf jeden Fall in den ersten beiden Teilen, glaub ich Ja, dann müssen die jetzt auch noch heißen Ne, die Bienennamen haben sich auch geändert Muss hier überall so ein Typ stehen Außer rot und grün Also früher hießen sie Stinger, glaub ich Zinger hießen sie, glaub ich Stimmt, du hast es jetzt noch gelesen Ja, aber hier Und nein, nicht so war schon wieder Ariane Das ist sogar kein Problem Den Verlauf aus einem anderen Level Und ich glaub ich zieh um, ich zieh zum Dschungel Hälfte haben wir schon Alles ist kein Problem Warum wollte ich das machen? Nein! Okay, du musst das draufstellen Ja Den großen Bruder von der Müller vom Mann finden Der die Dekamen zerhält Stimmt Aber der ist nicht so intelligent und bewegt sich nicht die ganze Zeit Eigentlich Toll Eigentlich ist der nur so reich Dass ich so ein Ding leisten kann Ja ne? Ja, ne? Ich hab alle Bananen geholt Ja, da war geil Cool Ah, ich weiß nicht Es fehlt einfach noch Red Bull Weil wir haben noch relativ früh in der Nacht Wir haben jetzt, ich guck mal 14 vor 3 Ja Also, Mittag Also 15, 24 Hallo? Gehst du mal da hoch? Ja, was? Aha Mach ich gleich so Weiß ich auch nicht So 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 Kein Blödsinn jetzt machen Hm Klappklapp Auf Kopf Wie so ein Trinkspruch Weißt du? Aus den Kopf In den Kopf In den Kopf Ja Vorher kannst du eigentlich Trinksprüche Ich dachte du bist ein vorbildlicheres Player mit ohne Alkohol Ja, mit ohne Alkohol Der in Abstinenz lebt Kein Nein! Nein! Kein Sex für die Ehrheit wollte ich sagen Es ist gut, dass du vorher gestorben bist Ja, ne? So, machen wir nochmal das Ganze jetzt Uhhh Weil wie ich schon gesagt, ne? So, aber Tür tot Ja, ich wollte nur, dass du anfängst Ach, okay Wie ihr gesagt, ne? Der Yamba-Liebes-Tester hat gepasst in sich zueinander Aber der Yamba-Nackt-Scanner sagt was anderes Ja Ah, ja Yamba ist doch immer wieder gut Das mach ich auch Weißt du, mittlerweile bei MTV oder Viva Wenn ich nur eine Handy-Klinge kommen brauche Direktor wie bei oder ein TV einschalten Und dann Kostet auch nur 419 im Monat Ja, das wäre ein Schlimm So Wenn ich recht günstig Was passiert, ich will nicht bezahlen Muss dann keine Ahnung mehr oder Kein Anrufe Ich werde mich einmal anmelden Mit deiner Telefonnummer Okay, macht Dann sagt mir, geht ausgehen So, Stop-Kartrapp Was ist das für ein Buchstabe? Ach, ich will nicht haben, End wie noch Pol Das kann aber jeder hier Oh, jetzt hätte ich mir fast ins eigene Fleisch geschossen Nein! Nein! Hahahaha 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 Man könnte doch vielleicht selber in die Eier treten Oh, nein Immer muss ich das machen Hahahaha 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 Okay, ich hab Idee Pass auf, ich bring uns jetzt ungeschoren da rüber Ne? Ungeschoren? Ja Ich bin vollgeschoren worden im Blitzlevel Im Speedrun Modus quasi, pass auf Ja, guck hier Oh ja Habe ich echt hier die 10 Bananen weggelassen? Nein, die wollen wir eh nicht Weil wir holen hier die 3 jetzt Ja, und die 4 Und die 4 nochmal? Nein! Du, ein Glück, dass wir auf so einer großen Insel wohnen Was? Ja Ich bin durch der komischen Müllding da geflogen Ja Ja, Mann, ey Ich würd mir jetzt gerne einen Red Bull holen Aber ich weiß, dass du keine 7 Sekunden aushältst Hahahaha Okay, kann's gehen Du wachst nur, ich gehst hier schön weiter Ja, okay, ich laufe ich schön weiter Hahahaha Hahahaha Lauf schneller Ja, ja, ja Ich bin tot Hahahaha Echt? Der mich einfach so... Muss mal? Ja, Moment, ich konnte... Ja, geh ich halt selber Ja, äh, lass die Zeit So Ja, Leute, ihr seid gerade dabei, wie wir hier Super organisiert Ähm Red Bull trinken Sofern das denn organisiert Nein, ich hab was vergessen Hast Zeit Jo Jo Hat der Typ bei der Tankstelle gesagt, wo ich der Pulli holen war, ne? Hehehe Also Kühlschrank, Tankstelle Nein! Ja, gut, ich bin jetzt wieder da Ja, dann kommen wir jetzt hier, Prost, ne? Prost Moment, ich krieg Deckel nicht auf Aua! Ah, mein Nagel! Bah! Du bist ein Dicksschwein, Alter Du bist doch... Du bist so eklig Prost Ja Bin ich dran? Wenn du der dicke Blaue bist, dann ja Blau, ja Hehehe Oh, ich lebe immer noch Hahaha Verdammt Verdammt Aha So Rüber, tot Nein, doch nicht Das Level ist eigentlich so dumm und einfach Jetzt bist du tot, keine Sorge Ne, doch noch nicht Das Level ist eigentlich so dumm und einfach Aber Aber Ich lass mir jetzt einfach Zeit dabei Genau, lass dir einfach Zeit, das wird Zeit ohne... Achso, also los Hammer So Jetzt zeig dir wie easy dieses Level ist, pass auf Jo, ich leg mir die Füße hoch Ja, kannst du Kommt dieses Level eh nicht mehr dran Guck hier Schwebst du auf den, ne? Schwebst du über den Club Trab Den ersten überschritt, den zweiten überschritt den dritten Und springt, ne? Dann hier auf den Club Trab Auf den da Auf den da Was? Ja Jo, ich hab da auch ein Bonus Level gesehen Und Der Spiel hat... Das ist ein Bug Ich bin durch eine komische Müller-Furding, da Haltet festgewöhnlich Da Meins Müller einmal deckt Ja, ich sage ja Mhmmm Weil mit Müller-Furding, dann wäre das nämlich orange Ey, das Vergiss I wanna be the guy Ich spiel das ja Schön Wie so ist mein Affen... Meine Affen damit so dumm und springt jetzt in den Tote daher Weil die auf mich auffassen muss, oder? Naja, aber nicht, wenn du stürzt Ja, es sei denn, die scherbt sich dann so so, boah, ich hab den sterben lassen Ich glaub, ich geh jetzt voll mit drauf Ich kann das eh nicht rechtfertigen Ja Dann Haben wir ja gleich wieder Zeit Leben zu farmen Aber wenn wir noch zwölf Bananen zusammenkriegen Zwölf? Ja, dann haben wir noch ein Leben Ja, gut, ich hol schon mal drei Ja, nee Jetzt noch zehn Noch sechs Ich kann Mathe Geil Noch fünf Noch vier So Jetzt kann ich auf das beschissene Bonuslevel hier Ich will das Bonuslevel haben Was? Ich hab nicht hingeguckt Nein! Der kann von hinten hab ich einfach den Ja, gut, verständlich Auf 46 Zoll Bildschirm guck ich auch nicht auf alle Oh nein, ich hab nicht aufgepasst Ich hatte das Bonuslevel noch im Hinterkopf Besser wenn du was anderes im Kopf fällst Ich hab nicht Ding, du hast ein Leben besorgt, tschüss Ich hab das Gamepad völlig umzubrechen Hahahaha Ja Ja Das macht mir eigentlich wert so Ich spiele ja Tennis irgendwie Ich wollt grad sagen, das ist Tennis der Affenwelt Das war quasi Tennis mit so einem Mit einer Bowlingkugel Ja Die haben ja einfach nicht hochbekommen Ich will gar nicht bis zu gerne hochbekommen oder nicht Ich will mir nicht mal zum kleinen Kitsch Ey, der Pädobär in dem Spiel Er sagt sie nicht, dass die 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 zwei von der Müller-Pur da das nicht auch wollen Die Öfff, öfff, Freunde Was? Nein! Halt dein verkacktes Schild nach oben Guck dich mit deiner verdammten langen Nase so dumm Echt mal Boah Ich krieg Hassfalten Herrgott, ey Ich mag ja nicht Ja, vier Leben haben wir immerhin noch Ich mach keinen zweiten Teil mal an Wie lange es schafft von dem Mittelfass Bis, äh, zu deinem Tod zu... Dinksen Mal was probieren hier Was? Hat funktioniert Hat geklappt, ne? Superplan Genial So, jetzt sind wir noch zwei Minuten Dann können wir das jetzt fertig machen, ne? Jetzt können wir das ja wenden, ja War nicht mal so hier eine Serie Twenty vorm Fernsehen Drei Vier Fünf Sechs Oh Du hast hattest die Nach 6,7 Angeber Ja, das ist ja Willkommen im Buck des Track Buck des Trackers Buck des Trackers Buck des Trackers, ja Nanananananana, angeln Ich mach hier Musik Ding, 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 ding So Speedrun Mhm Guck mal hier Du kommst nicht hellern auf Gut, dass du sagst Ich würde trotzdem dieses verkackte Boot, ich versuche das mit dem Bonus Level jetzt. Dann klatsche ich voll dir ab. Und dann... So. Wenn wir dann noch beide leben. So, schaffst du es, sich auf das Ding da zu stellen, um mich in das Fass zu schmeißen, ohne zu sterben? Nein. Versuch trotzdem. Oh, shit! Bei anderen hätte ich mich... Ja, ich wollte das Bonus Level haben, ist mir scheißegal. Wie kannst du denn? Oh, meine Fresse. Okay, Leute, wir haben hier nur noch ein Leben. Wir müssen wieder Leben fahren gehen. Wir haben eh schon wieder ein paar Minuten voll hier. Es könnten so knapp 9 Minuten 30 sein. Ja. Wir sehen uns hier gleich wieder. Bis gleich. Bis dann.